Her und Willkommen zu Skyrim VR, bewertet den Part und viel Spaß. So, wir befinden uns jetzt in der Welt von Skyrim, gerade aus dem Schloss da oben ausgebrochen und jetzt müssen wir hier dem Kollegen hinterherlaufen. Also wir springen, wir können auch normal laufen, aber ich habe es ja schon mal erklärt, wenn man normal läuft, so wie der Kollege da hinten gerade, wird einem eher schlecht, als wenn man hier springt, weil VR ist doch ein bisschen was anderes, als wenn man normal spielt. Deswegen finde ich das schon ganz angenehm so, weil ich bin sehr prädestiniert dafür, dass mir schlecht wird. Warte, guck mal, ich bin auch super schnell. Wo sollen wir denn herlaufen? Alter. Boah, das war aber echt schnell, dann fährt man so nicht mehr. Boah, Alter. Da wird dann aber auch schlecht. Oh, man kann doch weiterspringen. Hui. Aber dann kommt der Kollege. Oh mein Gott. Alter. Alter. Das wäre jetzt gerade sehr überraschend. Hallo, kann ich dich loten? Ich bin schon, dass du euch entschlossen hast, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Ja, warte doch. Man muss halt hier erstmal ein bisschen gucken, wie das hier funktioniert. Alles nehmen. Okay, dann durchsuchen wir mal den. Ich bin auf dem Weg, Kollege. Ich habe auch gesehen, man kann das auch noch hardcore moden, das Game. Vielleicht macht man das mal. Hallo. Flusswald entdeckt. Flusswald. Wie das vor einem Gesicht so schwebt. Wie cool das ist, als ob man das nehmen könnte. Aber es ist echt schon geil. Wenn man nicht mehr dieses Kacktabel hat. Was ist denn jetzt gemacht? Kann ich das schwer doch irgendwie wegpacken? So. Ah, guck mal, hier oben kann man auch raufgehen. Wow, ich bin auf dem Baum. Okay, was soll ich machen? Ich bin voll klein, kann das sein? Warten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch... Alter, der schob mich immer weg. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Ah, guck mal, da setzt sich. Letzt geschlafen habe. Ah. Wo soll ich an? Wie aus dem Nichts griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger Lebender. Ich kann es selbst auch noch auf. Und ich war dort. Hallo, ich bin auch noch da. Interessiert ihr irgendwie, kann das sein? Ich kann meine Hand abschneiden, pass mal auf. Eins, zwei. Oh, meine Hand. Okay, der war doof. Wir gehen mal weiter. Wo soll ich denn jetzt hin? Springe nach da vorne. Hallo. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Das stimmt. Das hast du in der Tat. Ihr hättet nie wiederkommen sollen. Okay, Hot. Komm her. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Von hinten. Können wir abwehren? Ich habe kein Schild. Egal, ich kann draufhauen. Ob die Schwester mir jetzt immer noch hilft, ist fraglich. Oh Mist, da kommen noch mehr Gegner. Man sieht es hier auf der Map unten. Oh nein. Oh nein. Was mache ich? Ich loote ihn. Alles nehmen. Ah, wo er kommt. Denn nur Hände. Jawohl. Schwer Rüstung verbessert. Macht's gut. So stärker werden. Nicht über an dir. Energie ist gut. NeuStufe. Hahaha. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Kann das Schwester irgendwie hinten rein tun? Ne. So, jetzt bin ich wieder in der Stadt. Weiß ja nur, weil ich einen Huhn getötet habe. War bestimmt sein Lieblingshuhn. Hühnerbrust. Alles nehmen. So, wo soll ich denn jetzt hin? Warte mal. Ich habe da irgendwo so ein Quizgeber auf der Uhr, ne? Den habe ich nicht. Ich muss in diese Richtung. Okay, war schon ganz gut. Ich muss bestimmt zu dem Jarl von Weißlaufers. Oh, man kann die voll gut lesen. Also die Pro ist in solchen Sachen echt geil. Weil das ist alles ein bisschen besser aufgelöst. Aber scheiße, teuer ist die Pro immer noch. Also die Vive Pro meine ich jetzt. Wo bin ich überhaupt hier? Wo seid ihr? Da seid ihr. Alles klar. Okay. Wo geht man denn hin? In Riffen. Gehen weiter nach da. Ich sollte nicht so schnell mich bewegen. Da wird mir auch schlecht. Aber so ist das schon echt cool gemacht. Also das ist mal ein Spiel, was sich wahrscheinlich in VR lohnt. Okay, die Kämpfe waren gerade ein bisschen komisch. Okay, aber gut. Oh mein Gott. Ich kann hier auch runterspringen. Nice. Ich kann da so tun, als ob ich springen hatte. Ja, das ist viel realistischer. Oh lol. Boah, ne. Da wird mir schlecht. Boah. Ah, guck mal, wer da ist. Warum das denn? Ich hab doch nichts gemacht. Okay, egal. Ah, guck mal, hier kann ich runter. Ha, ha, ha. Ach ja, man kann so langsam runterklettern. Das war gut. Da muss ich hin. Ja, ja. Statt, ich komme. Oh, ist das ein Riese. Okay, warte. Solange die abgelenkt sind, kann ich mal eins machen. Ich hab euch geholfen. Fasziniert's los. Sind die alle sauer auf mich, weil ich ein paar Leute getötet hab? Ich hab gerade einen Riesen erledigt für dich. Oh, ich will den Bogen haben. Ich will den Bogen haben. Komm her. Der blockt. Oh, verbessert. Und ich hab nicht mehr viel AP. Gesundheit niedrig. Deine Gesundheit ist niedrig. Du solltest einen Trank trinken oder einen Heilzauber anwenden, um nicht zu heilen. Ne, ich muss draufhauen. Wenn ich meinen Heilzauber habe, bin ich tot. Wache von Weißlauf. Nimm alles. Ich muss aber sagen, ich glaub, der hat eine höhere Tragklasse. Ich nehm alles mit. Geh trotzdem. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier rein und heilen uns. Okay, warte, wie mach ich das denn? Aktiviere Müllrad. Ne, ich dachte, das Gefühl wär irgendwie schrecklicher. Also klar, dass ich nix merke, ist klar. Aber ich dachte irgendwie, oh nein, ein Rad. So, warte, wie mach ich denn jetzt hier mein Menü auf? So, mein Menü auf Neustufe am Start. Ja. Genau, ich würde ganz gerne noch was ausprobieren. Und zwar, hab ich einen Bogen. So, dann machen wir mal ein paar Schießübungen. Was ist denn da los, Alter? Wie so ein Gangster, so breit halten die den Bogen. Okay, auf die Entfernung ist das alles ein bisschen unscharf da hinten. Das muss ich ja schon mal sagen. Hoho. LOL, vorgehalten. Oh nein, hier ist ne Wand. Der war lustig. Äh, ja, nehmen wir einfach mal alles. Schießgrund auf zwei. Headshot. Das macht echt Spaß, das muss ich sagen. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt in diese Stadt gehe, werden mich alle versuchen zu töten. Aber warte, ich bezahle dir einfach mal mein Kopfgeld. Warte. Nein. Nein. Oh oh. Ich kann den gar nicht umbringen. Okay. Dann nehmen wir mal ne Pfeile wieder. Genau. Verzieh dich. So, jetzt gehen wir in die Stadt hier rein. Ah, da ist ja ne Wache. Wie geht man hier eigentlich auf? So, vor ein Dreck. Ja, komm, töte mich kurz. Wo ist meine Energie? Level up. Ja, geil. Schnell wieder weg. Guck mal, jetzt hat er wieder große Klappe. Was ist das denn für einer? Okay, töte mich mal ganz kurz. Das war Energie. Der kann ja mal gar nichts. Geh wieder hoch. Ich ergebe mich. Warum hast du das getan? Oh nein. Oh lol. Ja, nicht dein Ernst. Ich glaube, ich hätte vorher speichern sollen. Ja, willkommen zu Skyrim. Hey und willkommen. Und in der Videobeschreibung gibt es noch eine Playlist mit ganz vielen VR-Spielen. Das hatten wir doch gerade schon. Oh, der ist aber sehr stark, glaube ich. Ich level, mein Freund. Ich level. Okay, ich höre auf.